Hallo, mein Name ist Martin Kobau und ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie leicht es ist, die Alpenkraft zu installieren. Hier sehen Sie meine alte Dusche. Natürlich nicht das Gelbe vom Ei und wir ersetzen diese Dusche jetzt gegen die Alpenkraft. Nehmen Sie einfach die Dusche aus Ihrer Halterung und schrauben Ihre alte Dusche gegen den Uhrzeigersinn von Ihrem bestehenden Duschlauch ab. Kontrollieren Sie hier, ob in Ihrem bestehenden Duschlauch die schwarze Dichtung noch vorhanden ist. Reinigen Sie eventuell Rückstände von Ihrem alten Duschlauch. Nehmen Sie die Alpenkraft und schrauben Sie diese einfach mit dem Uhrzeigersinn auf Ihrem bestehenden Duschlauch auf. Und Sie sehen, hier ist alles dicht. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der Alpenkraft.